im januar da erwartet euch was new year's horror hey voll geil new year's horror im januar im live stream mit mega geilen bands und dazu auch noch geiles rahmprogramm also stellt euer spaceboy kalt und schaltet ein die scheiße new year's horror 2021 das müsst ihr sehen intergalaktisch gut am 9.1 live auf youtube